Ich grüße euch, Twitch-Chat. 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 Wenn ich jemandem rede, ist es über Discord oder sowas, oder I don't know. Meinst du, es wäre praktisch schon eine für Google Maps schon? Ich wäre nur mit WLAN in Tokio komplett lost gewesen. Aber du kannst Google Maps benutzen ohne Internet. Du kannst einfach die Karte runterladen für die Stadt und dann einfach GPS anmachen. Du brauchst kein Internet für Navigation. Tolkien Pfeiffert, ja gut, das ist jetzt nicht so hart. Das ist jetzt wirklich leicht eigentlich. Ich habe sich immer alle über mich amüsiert, so Johnny, Bröki und so, wann immer wir gemeinsam wo hingegangen sind, weil ich halt legit eine Kompass-App habe. Ich habe so eine Kompass-App auf meinem Handy und dann gucke ich immer, wo ich hin muss. Weil zum Beispiel, wenn du so ankommst bei irgendeinem Bahnhof und du weißt halt, du musst danach halt nach Süden, dann gucke ich immer auf meine Kompass-App, wo Süden ist und gibt dann den richtigen Bahnhof-Ausgang. Haben sich immer alle darüber amüsiert, weil, warum nicht, ja, ist voll free. Ich weiß ungefähr, wo ich hin muss. Ich kann mir auch die Karte runterladen bei Google Maps. Dann habe ich meine Kompass-App und dann geht es los. Dann geht es fucking los. Gar kein Ding. Guten Morgen, welche Uhrzeit streamst du eigentlich? Ja, immer rund um zehn, die zweite Stunde. Immer so rund um die Zeit wie jetzt. What the fuck ist dieser rote Teppich? What the fuck ist das? Wer ist das? Der Bonner Set. ja wie sagt mir beim autofahren auch immer starten sie zum beispiel nach nordosten wo soll ich wissen wo dort ist das kann man sich bestimmen kurz kurz in den himmel sie ist wo die sonne steht wo die sterne sind und dann pengen kein problem muss halt im so bahnhof ist es schwer weißt du weil da siehst du halt nichts da siehst du den himmel ja nicht das ist auch kurz gucken wenn da irgendwo bäume sind wo das moos an den bäumen wächst und dann dann ich weiß ich sowas na gut ist dann aber dein fehler das merkst du selbst also da war dein fall versäumt ist es über den fahrt für ein besser aufpassen müssen was man sagt das heißt es werden bekommen wir selber im mädchen der mit schildkirge wenn nämlich das ist ausgesprochen letztlich aber jetzt hier sieht er das melde damit schild ich einen der mit schon mit ins geblockt aber wirklich gewusst hat es gar nicht auch direkt er hat uns da auch treten können das ist stan das ist stan grund von meinem wohnen und die jetzt ist es und hier So, wir haben die Pied Vantage, dafür kein Flash, er spielt mit Flash und Ignite. Ich brauche ihn demnächst zu töten. Mit Echo wäre das gar kein Problem, auf einen Tauchgang zu gehen, aber es würde nicht erfolgen. Aber wir spielen ja auch gegen seinen Mana-Bar und der ist bereits sehr low, der meine nicht. Ich habe noch bei weitem genug Mana, wenn ich noch ein Cookie kriege und einen habe. Ich wollte auch gerne sein, eingeworfen, er hat auch noch ein Cookie. Das ist ja unsichtbar geflasht, so weit kann man auch gar nicht gekommen sein. Der Echo ist ja wirklich motiviert, so. Sehr motiviert. Ich muss schon sagen, wieso zu heute in dem Job noch nicht die Wave? But then he did take the Wave, nice machine, longsword, perfekt. The mission will be terminated. Ich freue mich noch, die Pied Vantage Schutz geht, also sehr, sehr gut. Kann man sich nicht beklagen. You might get the Mortadella for the 13. Welcome back, man, danke dir. Vielen lieben Dank für deinen Support, danke dir Mann. Leute, jedes Game ist einfach ein Poppy-Game. Wenn ich schon wieder die Draft der Gegner sehe, Poppy wäre so insane. Aber ich habe halt geförspect. Und Poppy wäre trotzdem so insane. Ich habe gegrieft mit meinem E, das war viel zu weit entfernt. Verdammt, dass er Level 6 wurde, ah, ja, I need to. Need to make sure. Ist fine, ist Poppy Ignite. Ist das alte, plus 5 AP jetzt. Jetzt plus 5 AD und AP, wegen des Ignites. Aber ich da den Barrieren die Wand mache richtig, dann tue ich ihn einfach. Er hat keinen Flash. Pretty sure zumindest, dass er keinen Flash hat. Der wäre niemals soweit nur mit W gedasht. Aber es nimmt halt Mahani-Fruits und es ist keiner fucked. Aber es ist okay, ich habe die Pied Vantage. Ich habe ein bisschen gegrieft, aber wir nehmen einfach unser 20 CS Lead und fertig. Ist fein. Also und erst wirklich wieder richtig fighten, also All-In-Fight quasi, wenn... Wenn ich Vue Cultivate habe. Und der ist schon so weit vorne hier oben. Living the good life right now. Kann man nicht über Borderlands sagen noch. Dann... Wenn er sich so anbietet, dann müssen wir... natürlich ihn einsammeln. Danke dir, Erdi Line. Vielen lieben Dank für deinen Support, Mann. Danke dir. Hat er gerade gesagt, Sea Monkey Down? WTF? Wukong Quote bei dem Skin? Vielen lieben Dank, Erdi. Danke dir, 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 Erdi Line, Mann. Warte, TIP net, war es Season 12. Dann mach gleich Ignite wieder, ist einfach ein typisches Fakt. Dann mach gleich wieder sein Flash. War 71 CS zu 38. Yikes, Arm und Bukong. Oh shit. Wir haben nur 450 Smaid, das heißt, er muss richtig low gehen, der Drake. Das schafft er nicht. Actually? That's a frog? Nice, nice, nice. Gut, dass auch Gragas noch gesomt wurde von Senna. Aber das war gar kein... Ach, das war Support, Gragas. Sorry, my bad. Das wäre Jungle Gragas gewesen. Dann war es ja, dann war es ja fein, so oder so. Hey, hey, hey. Deine Gangs, wenn es abbekommen. Vielen Dank für deinen Support, Mann. Meine Wukong ist so fuck der Arme. Einfach nichts tun. Er ist gleich 40 CS bei 1 und gestorben zweimal. Honey, money. Nein, ohne Minion Block konnte den Minion nicht CSen. Während der Autotech in der Luft war. Der arme Wukong, der Chat. Er ist komplett liefert. Invincible. Boah. Aber ich werde den Freeze gar nicht so lange halten. Ich hab so meinen Sunrun base. Ich hab geradezu einen Joy über den Freeze so zu halten, weil er halt einfach so fucked ist. Ah, ich bin jetzt schon zwei Leute vorne. Immer noch mehr XP als er. Boah, ich hätte auch hinterheren können, natürlich. Aber... Im Port Outrex gehen durch Flash durch und auch durch Dashes. Also 100 CS zu 940. And it's not getting better for the Monkey. It's really not getting better. Monkey is not having a good time, hier oben. I'm played back. Wir danken dir Lightyax. Das ist ein Iron, ey. Lightyax. Danke dir für deine Zeit, Mann. Willkommen. Danke dir. Vielen, vielen Dank an dich, Erdi. Upgrade complete. Wir gehen entweder Revenous. Oder wir gehen Death's Dance. Beides baut sich aus Tiamat. Natürlich wäre er aus Pickaxe. Aber auch Tabis wäre eigentlich das beste Item gewesen für meinen Gold wert. Dann hätte ich Tabis und Pinkguard kaufen können. Monkey King wurde prediktet, dass er weht. Ich bin in seinen Weh reingeschwammt. Dass wir ihn stunnen und dann Auto attacken können mit 2nd Q. Er hat halt absolut, er kann ja nichts tun. Wukong gewinnt halt einfach keine Matchups Toplane. Gegen die normalen Toplaner. Gegen keine Fiora, gegen keine Kamel, gegen keine Rhythm, gegen keinen Jacks, gegen keine Kamel. Er ist einfach nur ein Teamfighter. Aber Lane kann halt so gestompt werden. Aber es ist ein guter Jungle mittlerweile. Er wurde auch für Jungle hauptsächlich gebracht. Turret Platings werden bald fallen. Der Minion hat getötet. Efficiency ist paramount. Alleine sehr viele Minions, so viele wie wir können. Bevor wir den Turm nehmen, in 10 Sekunden würde Plating fallen, dann würde ich ein spätestens nehmen. Aber bis dann haben die Minions ihn genommen. Wukong ist gerade in der Mitte gewesen. Kriegen also 1st Turret. Leider haben wir Harrod nicht gespawnt. Mit Platings. Weil ich sehr tragisch ist. Weiß aber nicht, weil ich das letzte Mal jemanden so hart geklingelt habe, wie dieses Game. Also... Ich habe hier fast jetzt schon Flame Horizon. Es ist 56 CS zu 139. Und wir haben ihn zweimal gesolokiert. Also, das ist schon crazy. Ist schon... ...bissel crazy. Ich bin sehr gut gegen Katharina. So sollte ich das Game eigentlich carry'n können. Okay, ist ja eh extrem wie Katharina, dass sie da nicht Penta-Kid. Weil er kein TP gehabt. Verachtens, weil ich da rein TP'ed. Und ich habe aber schon für mehrere Turrets hier in der Mitte oder so. Ich kann't believe you're gone. Ich kann't believe you're gone. Shit. Nicht Worf. Noch ein Golfer Katharina. Auch wenn wir zwei Kills kriegen. Er hat Herr Öl dich beschworen. Oder er hat den Bob beschworen? Wenn wir nicht mal zwei Turrets, ist das eigentlich nicht Worf. Boah. Krass, dass sie ihn eigentlich hauptsächlich physischen Schaden machen, ne? Ich meine, es ist gerade 50-50, I guess. Aber es ist nur Divine Sunrun. Immer noch ihre Scalings ganz normal. Die auch AP. Also, er hat AD Scalings. Und dann macht er trotzdem Marken Schaden damit, sag ich mal. Verwuchung ist wieder Gold wert, geil. Und das I don't need you here. I'm glad you disappeared. Naja, war ein bisschen greedy aber whatever. Das Ding ist, normalerweise healt ihr euch einfach entgegen mit Divine Sunrun an der Situation. Aber Katharina hat einfach in ihrem Kit drin Hero Reduction, ihrer ULT, 60%. Es gibt meines Wissen nach nur zwei Speights in League of Legends, die 60% Hero Reduction geben. Das ist Glatt Q. Und Katharina ULT. Vielleicht auch Varus eh, man. Aber ich glaube es sind 40. Anyway, auf jeden Fall hat sie dann natürlich einfach reigejumpt und mein Divine Sunrun hatte kaum was gehealt. Ich habe gerade Grassmap auf den Kronix auslösen können. Ich höre die easy 1v3, wenn ich schon Dinge hatte. Mir kommt wirklich alle zu mir, dass wir damit 13 werden. Ich bin glatt you disappeared. Ich wollte ihn vom W töten lassen, aber ist einfach nicht dran gestorben. Von dann zurückjumpen ist richtig stylisch, aber er ist aber nicht gestorben. Da musste ich ihn in seiner Ult Animation töten. Mit E. War clean anyway. Ich wollte jetzt so richtig sexy machen. Aber hat nicht ganz mal damage her gereicht. Das game ist schon durch, oder? Ja klar. Das game ist over. Das game ist over. Laning face. Im top bin so hat gestorben, unser Team hat zwar nicht unbedingt hart gewonnen, aber auch nicht hart verloren. Und dann ist einfach over. Ich habe über sein Ding jetzt rüber. Ich habe über einen Kronix ausgehalten. Ich habe eine große Mase gemacht. Jetzt bin ich meine Dank. Ich habe eine Karte getan. Ich habe eine Karte gemacht. Ich habe kein. Du hast meine Mase gemacht. Ich habe eine Karte totale. Ich habe eine Karte gemacht. Oh, okay. Okay, das Nacht. I just had to Dude Lessons that you taught me Ja, ich kann einfach Revenants hier gehen, I guess Ich brauche noch ein bisschen Gold, war das in 2100, naja, easy Mit das Camp hier nehmen und dann recallen, Fische verkaufen, wo eh keiner Dubstep Ignite, naja, es war ja actually notwendig, ich brauchte den Kill ja Dubstep Ignite nicht nur, wenn es für Disrespect ist, also wenn du quasi Aber das machst du dann, ihn Disrespect ist, vielleicht konnte der da Action nicht töten und die Gleit Und da ist der Wehrfurt Leider haben wir unser erstes Game des Tages gewonnen, gutes Warm-up, gutes Warm-up, GG We take those, we take those Und open up my mind Oh mein Gott, ein Level 6 Token, Twitch chat, can you believe it Und bitte Wie geht's